Artikel 24 Recht auf Erholung und Freizeit Jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit, auf eine vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit und auf bezahlten Urlaub. Dieser Artikel bedeutet auch das Recht auf Spielen und er verbietet Kinderarbeit. Da diese weder Zeit zum Spielen noch zur Bildung, Artikel 26, lässt. Für Jugendliche gibt es spezielle Regelungen bei der Arbeitszeit, die ihnen mehr Urlaub sowie längere Häufigkeit der Tausend zugestehen. So, das war der Artikel 24 Recht auf Erholung und Freizeit.